Hat nur so aus. Ich muss mal kurz schauen, wo es da weiter geht. Ich glaube da vorne ist das AKW. Ja, hast du Schienen im Inventar? Ich glaube sogar, ja. Wieso? Gib mir eine. Eine? Ja, ich fabriziere. Du meinst, dann haben wir auch eine. Cool Schienen auch, also Powertrack? Ja, beides. Ich glaube, es liegt im Lager. Liegt nur ein dritter Ort für Schienen. Die Druckplatten, schätze ich. Die haben wir auch bei Stürz. Aber die brauche ich, die brauchen wir ja zu zahlen. Natürlich. Ja. Du wirst aber trecken. Trecken. Treckenteile machen. Ja, mach Treckenteile. 44, gepowerte. So, warte, jetzt muss ich mitdenken. Hm. Ich würde die Ochs zumachen, das Viere schlagt. Äh, Shot Mode oder White Mode. White, oder? White ist breiter. Scheiße. Long. Long Shot, genau. Das Lied ist 13. Ja. Kann ich dir jetzt recht geben? Das Lied ist schlecht. Ich schwöre das Lied lieber weiter. Das ist gruselig. Aha, wir sind auf jeden Fall schon in der Nähe von der Wüste. Die Wüste ist zum rechten, genau. In den langen halt. Ah, so. Da, und da. Da, und, da. Muss ich mal wieder zurückgehen oder was? Oder wie? Ein paar halt. Ah. Cool. Sonst ungefähr ein Steak sind nicht da. Oh, ist mein Scheiße. Scheiße! Ich hab bald den Sack verloren. Du hast wahrscheinlich einen Sack in den Sack gesteckt. Das geht? Ja. Und dann ist er weg? Ja. Nein, da war alles drin! Wirklich? Ja, ich glaub schon. Warum freust du mich nicht, wenn es passt? Das geht. Ich hab's dir irgendwann mal gesagt. Wirklich? Ja. Mein Gott, das ist nicht viel dämlich am Park. Sie können nichts von Dummheit auch. Oh nein! Da war so viel drin und da war ganz rund viel. Dummheit wäre so jener auch nicht, dass es so parkt. Ich glaub, dass nichts Wichtiges drin war. Also, ich mein, Diamanten sind halt viel. Ich probier jetzt was. Ich geb dir jetzt mal meinen Sack und du schaffst rein, ob du dein Inventar drin siehst. Das klingt so pervers. Das klingt so pervers. Bleib stehen. Ich geb auch mit ihm. Da. Ja, das ist mein Zeug. Ja, passt. Dann mach ich mir einen neuen. Achso. Warte, warte, ist der Sack drin? Ja, der Sack ist drin. Ja, der Sack ist drin. Dummheit. Dummheit? Das ist nicht Dummheit. Ich glaub, du solltest du das wirklich lernen. Skill. Stimmt, es ist Skill. Ähm... Auf dieser Seite ist... Brighty. Das kann nicht so gut sein. ... ... Wo. Wo Brodel ziehe ich das denn? Wo. Nein! Ah, ich check grad nicht durchspunnen. Ach, wo das ist. Nein! Ja, das hab ich mir fast gedacht. War nur fast. Nein, ich bin nicht das Böse gemacht. Das ist nur was GANZ Böses. Unheimlich. Ich hab mein Licht. Ich hab mein Licht. Das ist nee, der ich habe. Ich hab mein Licht. Ich hab mein Licht. Er wird das Böses gemacht. Das ist mein Licht. Ich hab mein Licht. Entschuldigung. Ich werde das Wasser nehmen. Und ich glaube, das Flying Ding ist, damit du nicht unabsichtlich beim Fliegen irgendwas zerstörst. Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Dass du langsam abbaust. Ich habe mich gefragt, warum ich mit der Hole alles in einem bestimmten Radius abernten kann. Und dabei war es keine Angst. Ich habe mich irgendwie verstanden. Naja, und mit der Pickaxe du nicht rechts klickbar. Was passiert dann? Du hast sämtliche Materialien sammelt. Drück dir jetzt mal rechts klick ohne auf das Kupfer zu haben. Einfach nur rechts klick. Ja. Da das Kupfer ist weg. Wie, das Kupfer ist weg. Es droppt raus. Da ist ein Kupfer in der Wand. Achso. Drück rechts klick. Was bringt das? Da kriegst du den ganzen Star oder was? Ja, du tust alles bis auf den Stein raus. Mach irgendwas hin. Ist es beabsichtigt, dass du da ein bisschen rauf und runter gehst? Ich will da eine größere Station bauen und habe ein paar Sachen raus. Ich weiß nicht. Ich habe so einen packt. Talshot. Was ist das? Hoch. Drei hoch. White shot. Long shot. Nein, white wirklich. Ja. Nein. Long. Nein, white. Double white. So. Ja. Das weiß ich ja nicht. Du hast gefolgt. Wolltest du. Und vorher Wolltest du was anderes. Ja. Dass er fett schluckt. Mit fetten Creepern. So. Meine Güte! Hm? Was ist denn? Ja, war immer verzoggt. Mit dem Kartalusator geht das wie schnell aus oder wie ist das du machst? Nein, das ist die Troll. Okay, das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Ich frage mich schon, warum es nicht geht, weil ich bin mir schuld. Weil es falsch ausgesucht. Das geht nicht mehr. Manche packt, oder? Äh, was? Bechtsglück? Das geht nicht mehr, das musst du mal probieren. Ja. Ja, dann entweder sind keine Ohrs in deiner Nähe. Ohrs? Geht es gerade um den Hammer? Oder was? Strayer-Katalist. Ach so, dann hast du kein Ding mehr. Der ist aber früh aufgeraunt. Ja, dann hast du die Kohle und so weiter nicht mehr. Ja, okay, gut. Sie wissen. Das genügt eh schon. Ja, das kannst du nehmen. Die Kohle. Ja, wenn ich aufnehmen kann, hat die Heulen was weg. Ja. Ey, Kohle, das ist eine Schlucht. Quasi, ich hab's ja gerade gesagt. Mit Fenty Grimpern, hab ich ja gesagt. Hast du? Ja, du hast sogar alles gesagt. Du sagst Standard was da zu uns, du bist nur so. Wenn du es verstanden hast. Und ich hab da gerade knappe zwei Level bekommen. Und ich hab da gerade knappe zwei Level bekommen. Mir wundert's, dass die normal ist, dass die scharf und viel öffsamer ist. Ja, hab ich gemacht. Wir werden die nächste Aufnahme mit Daniel machen. Hoffen wir auf jeden Fall. Ich bin wieder nicht sofort angekündigt. Ja, weißt du. Naja. Jetzt ist zu spät, jetzt müssen wir's machen. Oder du schneidest ja. Nein, sicher nicht. Jetzt muss, hab ich ein Druckmittel für mich. Ja, jetzt muss er kämen. Ich hab's schon angekündigt. Nicht in den Sack stecken. Wirklich passende Aussagen. Muss ich schon sagen. Ich hab gerade keine Ahnung, was ich machen muss. Ah ja, Solarrasma. Was ist denn das für scheiß... So, weg damit. So ein grasliches Sand. Das war's nicht. Wo ist Lava? La-ber. Nicht Lava. Vergiss es. Ich weiß sehr, was du jetzt meinst. Nein, jetzt mein ich was anderes. Setz ja mal so ans. Watsch weg, jetzt tust rechts. So funktioniert. Bin ich mir sicher, dass ich dir dieses Tool geben wollte. Welches Tool? Du machst wahrscheinlich noch alles kaputt. Naja, mit dem kann man nicht viel kaputt machen. Mit dem... Jetzt... Philosophist. Philosophist. Achso, mit dem. Okay. Ich dachte du meintest den Catalyst. Nein, nein. Gib mir mal die Pickaxe. Ich farm den anderen Gang durch. Welchen? Achso. Müssen. Nein, das war's nicht. Nein, das ist du. Geh wieder her. Ja. Ja, die packen die? Ja, die packen. Das Ding aufs Drumlinger. Ja. Ich cheat mal schnell. Snash time. Set. 0. Ich weiß noch nicht, zu welchen Stellen du... Es geht übrigens runter, gell? Weil der Sound kommt. Also du musst runter, es bricht alles zusammen. Okay. Du musst runter, weil sonst ist das mal hinterher vom Sound und das rutscht alles ab. Ich muss es jetzt schon verstanden haben, oder? Ja. Ich weiß noch nicht wo, das ist das Problem. Das klingt ja extremst schlecht. Das ist ja nicht so schlecht. Das ist ja auch der von Gratissmusik. Die ist meistens schlecht. Ne. Nein. Nein, nicht den. Nicht den. Manchmal müsste ich es schaffen, wie schnell mein Tür langsam sitzt. Das war Dösend. Ups. Was? Oh Gott. Ich hab mich verdrückt. Ich hab das falsche Item ausgeholt. Und schau mal wo ich jetzt hin bin. Oh Gott. Oh mein Gott. Das war Glück. Bis die Atomkraft wäre. Ja aber schau wo. Oh. Aber es war Glück. Es ist nichts beschädigt worden. Ich bin einfach nur drin. Ein Geheimer Eingang. Ich passe dazu. Du bist genial. Ich wollte eigentlich mit dem Philosophen. Also Geheimer Eingang bist du. Sag dich ja wieso gebe ich dir den Destruction Catalyst. Warte ich das gleich weg. Dass ich nicht unabsichtlich mache. Es ist eh so schlimm. Es ist ja nichts kaputt worden. Gott sei Dank. Wir sind genau unter was. Wo? Wo wir grad sind? Äh, nein, nicht dort. Ich bin... Ah, dort. Ihr habt ein paar Hausten rauf. Jetzt rennt ihr alles rein, oder? Äh, das war nicht beabsichtigt, das ist ein Wasserloch. Dam dam dam. Ich bin so floh, dass ich fliege. Rätst nicht gut, gell? Ja, mir geht's eh gut, danke. Ich hab gesagt, Rätst nicht gut. Ja, ich weiß, was du gesagt hast. Ich brauch diese Deppertäppig Gags dann wieder. Jetzt hab ich gar keine mehr, weil die Mantis du für mich. Ja. Hast du nicht gesagt, du brauchst deine? Und zwar jetzt? Ja, jetzt hab ich's grad gesagt, weißt du? Vorher! Äh, da hab ich kein Rätmeter gehabt. Und den hab ich jetzt auch nicht. Ja, pfff. Warum machst du das denn jetzt? Da kommst du ja her. Ich kann nichts abbauen kurz. Ja, warte eine Sekunde bitte. Ich komm grad zu dir vor. Das ist ganz genau wie es mir ist. Oh, ich verbau mir jetzt gar nichts machen. Oh, ich verbau mir jetzt gar nichts machen. Oh, du sagst. Oh, du sagst Oh, du sagst. Doktor. Was? What the hell? Hä? Du musst halt grad auf mich... Achso, aber ich hab's...